Schönheit, Wildnis, Artenvielfalt. Die Heinz-Sielmann-Stiftung betreibt und unterstützt bundesweit zahlreiche Schutzprojekte. Zu den bedeutendsten gehören Sielmanns Naturlandschaften und Sielmanns Biotopverbunde. Im Naturerlebniszentrum Gut Herbichshagen bei Duderstadt schlägt das Herz der Sielmann-Stiftung. Und von hier nimmt die Lebensphilosophie von Inge und Heinz-Sielmann ihren Lauf. Die Natur ist heute fast überall in Deutschland bedroht und zugleich eines der wertvollsten Güter, die unser Land hat. Die Vielfalt der Natur nachhaltig bewahren und ihre Schönheit den Menschen zugänglich machen. Das möchte die Heinz-Sielmann-Stiftung mit ihrer Arbeit bewirken. Aus Liebe zum Menschen und zur Natur. Untertitelung des ZDF- Untertitelung des ZDF-